Oh Leute, Version 5... Ey, siehst du, deswegen habe ich mir ein Bier aufgemacht. Das ist genau der Grund, warum ich mir jetzt vor der Aufnahme einen reinschütte, weil sonst kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Version 45 ist draußen. Willkommen. Version 45 ist draußen. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lethal Company zusammen mit den zwei aller echten, dem Showerboy und dem Tüffler, Leute. Und heute spielen wir das neue Update von Lethal Company, was rausgekommen ist. Version 45, was das genau bedeuten soll, werden wir heute zusammen im Video herausfinden. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo da und los geht's. Ey Leute, ich will von einem von euch jetzt aber noch ein gutes Intro haben. Was? Ich habe mein Intro schon aufgenommen. Das ist mir egal, Showerland. Introduce, da hast du die Leute auch schon. Was? Ja, ihr habt... Oh, warte, hier ist ein... Was? Du kannst dich aufheben. Kannst dich aufheben. Ja, weil das Schiff noch nicht gelandet ist, Mann. Das Schiff muss landen, das Schiff muss landen. Nein. Hast du schon auf Landen gegangen? Warte, warte, ganz kurz. Stopp, stopp, bleibt kurz stehen. Was? Ganz wichtig, ganz wichtig. Was? Wir dürfen auf keinen Fall alle sterben. Wenn wir alle sterben, ist all das hier weg. Irgendwer muss gleich auf dem Schiff bleiben. Safe, safe. Ja, ich bleibe auf dem Schiff. Okay. Ich nicht. Hä? Ich glaube, Dietrich ist ein guter Commander. Der kann wirklich... Ich bin gespannt. Warte, Moment. Was? Was denn? Such den Mond aus. Flieg einfach irgendwo hin. Das ist irgendwie gerade anders. Okay, nee. Okay, okay, okay. Alles klar. Das ist das Update. Habt ihr schon von dem Update erzählt? Es gibt ein Update. Oh mein Gott, 45 Update. Nee, nee, ich will jetzt nichts mehr hören. Ich habe auch ein Intro gemacht, aber ich dachte, irgendeiner von euch intro, du bist doch lustig. Ich will nicht mehr. Nee, lass mich in Ruhe. Herzlich willkommen bei Lethal Company. Update 45 ist jetzt da und wir haben furchtbare Kopfschmerzen. Warum haben wir Kopfschmerzen? Ich habe wirklich Kopfschmerzen. Schauerland hat halt wirklich Kopfschmerzen. Hey. Stop it. Das war ich nicht. Hilfe. Ich sehe nichts. Aber ich habe doch jetzt... Hä, wieso kann ich hier nicht landen? Lange drücken. Ich lande mal. Nein, ich kann... Hä? Schau, ich kann landen. Ich konnte nicht drücken. Ich bin der Master of Disaster. Schnappt euch die Funkgeräte. Jawohl. Ich ladet sie auf, falls ihr es noch nicht getan habt. Okay. Alright. Also, Didox, du bleibst hier, du machst den Commander auf dem Schiff. Jawohl, Sir. Zu Befehl, Kapitän. Jawohl. Check, check. Mic check. Mic check. Moment, Moment. Warte, warte. Du bist so ekelhaft. So, jetzt kommt. So, auf geht's. Warte, leise, leise. Kommt wieder rein. Hier ist ein Monster draußen. Sehe ich sofort. Kommt wieder rein. Kommt wieder rein. Wir fliegen hier wieder weg. Ist das so ein Riese? Ja, ja. Ist der Riese? Irgendwo hier am... Er ist voll weit weg. Ja, mir ist egal. Dann geht mal. Dann geht. Dann gehen wir. Der ist ganz da hinten. Braucht ihr eine Taschenlampe? Äh, nö. Scheiß mal drauf. Okay. Warte, in welche Richtung? Weiß ich nicht. Oh, mein Gott, ey. Wo bist du? Das wird lustig, glaube ich, ey. Schau ich. Ich seh dich nicht mehr. Ist der tot? Nö. Okay. Ich bin wieder am Schiff. Phew. Tschuldigung. Ey. Und der Riese rett da hinten rum. Hä? Wieso geht das nicht? Der Riese. Komm hier lang. Du leist da falsch. Hier lang. Ah, Switch. Switch. Ey, immer ich. Okay, gut. Alles klar. Alright. So, da kann ich es eigentlich auch sehen. Dann kann ich mal scannen. Ja. Oh, okay. Also, Leute. 1670 Credits gibt es hier, ne? Wie viel? 1670. Ey, wir brauchen ja gar nicht so viel. Wir haben nur so viel auf dem Schiff. Ey, hol jetzt sofort die ganzen Credits. Junge, wo lauft ihr denn rum? Wir gehen zum Fire-Exit rein. Bitte nicht anfassen. Ey, wieso geht das jetzt nicht? FIU-Monitor. So. Alright, Leute. Ähm, links von euch, oben links, ist ein Loot. Im Regal. Ja, pass mal auf. Das Vieh hier gammelt übelst nah rum. Ich weiß nicht, wo der ist. Der macht mich ein bisschen nervös. Oh, da ist eine Tür. P1, ich hab P1 aufgemacht. Ja, warte, schau, ich hat schon die Hände voll. Wir müssen gehen. Alright, aber passt auf, der Dude ist hier. Ich sag's nur. Ist ganz schlecht. Hm. Ja. Vielleicht sollten wir uns... Also, die Tür ist offen. Da müsste offen sein. Äh, wenn du irgendwo machst, dann sag ich Bescheid. Ja, ja, ich bin, ich bin bei euch. Also, bis jetzt sieht alles gut aus. Gebt mal da nach links. Hier ist es halt brutal dunkel, wo wir jetzt sind. Ja, ja, wenn du gerade ausgehst, ähm... Ja, pass auf. Genau da entlang, da müsste jetzt eine Tür kommen. Ja, ja, ist eine Tür. So, und da dahinter ist jetzt auch... ...ne Tür. Ja. Aber die ist unten. Da musst du runtergehen irgendwie. Ja, okay. Ja, da fahren wir auch eine Treppe. Ja, da geht's vielleicht runter. Aber passt auf, weil... ...da sehe ich... Ich sehe erst unten hin, wenn ihr unten seid. Ich sehe da nicht, was davor... Was ist da? Was ist da? Äh, da ist rechts. Geh mal nach rechts. Da ist eine Tür. Oh, oh, oh. Warte, 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 warte. Da kommt was. Da kommt was zu euch. Ich kann's nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob's oben drüber ist. Aber das ist schnell. Äh, lass abfahren, lass abfahren. Ich hab Angst. Ich bin mir nicht... Oh! Oh, oh, das Vieh ist hier bei mir. Das Vieh ist hier bei mir. Ja, passt du auf dich auf. Vorsicht, Vorsicht. Das Vieh... Das Vieh kommt. Das Vieh kommt zu dir, Tjulfa. Es ist ein Bracken. Es ist... Es ist ein Bracken. Okay, warte, 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 warte. Schauerland, ich mach dir die Tür C1 auf. Also, hier ist Wasser, also. Tjulfa, die Tür links neben dir ist offen. Vorsicht, Vorsicht, hinter dir, hinter dir. Lauf! Beeil dich, es verfolgt dich, beeil dich. Oh, shit. Oh nein, es ist an ihm. Schauerland? Ich bin draußen. Ich habe noch den Kasten Bier, da steht der Glut aus. Ja, Tjulfa ist tot, komm. Tjulfa ist tot. Tjulfa ist tot. Ja, pass aber auf, wegen einem Monster. Oh, Mann. Ja, ja, Monster hier. Ja, ja, sagst du, Junge, hier. Die Tür hat Glut verloren. Ja, aber geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Das sind... Nee, vergiss es. Da sind tausend Viecher um ihn rum. Don't do it. Sei nicht dumm. Sei nicht wie Tjulfa. Nein, der war nicht dumm. Der wollte fliehen, aber... Ja. Schauerland? Oh, nee, oder? Ja, ja, ich bin da. Ich trage mir die Kasten Bier. Ich kann nicht antworten. Die schrauben in Warte. Okay, aber wie gesagt, pass auf, das Vieh gammelt hier rum. Das ist so dumm, dass man hier nicht sehen kann, wo genau auf der Map er ist. Schauerland? Ich sehe es. Es kommt. Kommt! Ja, versuch irgendwie... Oh, ich weiß nicht. Ich sag ja, der Planet ist es. Kann ich... Warte mal, kann ich... Ich will halt nicht... Das ist jetzt das Problem. Wenn ich jetzt rausgehe, dann... Ich will nicht, dass wir alles verlieren. Ich hab mich wieder reinge... Durch den Feuerhexte reingeflüchtet. Aber er ist draußen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss wahrscheinlich einmal durchs Gebäude rennen, um vorne rauszukommen. Pass auf, es kommt zu dir, zu dir kommt was, ne? Pass auf. Da läuft was rum. Geh nicht zu weit rein. Bleib da mal stehen. Ich bin am überlegen, ob ich eine Stun Grenade kaufe. Kommst du da ran? Oh, warte, es ist direkt vor dir, ne? Jetzt hab ich's grad gesehen, nämlich. Schauerland. Oh, er ist tot. Alright. Zeit, die Düse zu machen. Ja, das ist mit diesen großen Viechern einfach ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Oh, Mann, ey. Na gut, aber... Zumindest haben wir nichts verloren. Außer einen Tag halt. Wir haben so viel Zeug. Ich glaub, das ist eigentlich kein Problem. Ja. Bad, bad, bad. Das ist bad. Leute, aber ich habe... Wir müssen uns ausrüsten. Es hilft nichts. Ich bestelle... Ja, weil wir brauchen einfach Sachen. Erstens mal... Taschenlampe ist nicht schlecht. Wusstest du ja eigentlich, dass man das Schiff umdekorieren kann? Ja, dafür brauchen wir aber ein bisschen was. Aber wo kriegt man die? Weiß ich nicht. Wir können hier unten grüne Sachen kaufen für 60. Ja, mach mal. Wir können... Ne, weißt du, was ich mache? Ich bestelle einen Goldfisch. Nein. Oh, gut. Flieg erst mal zu einem anderen Planeten. Ja, okay, gut. Also, wir fliegen erst mal zu einem anderen Planeten. Aber diesmal will ich mitgehen. Ich will diesmal nicht hierbleiben. Ich würde auf dem Schiff bleiben, aber ich weiß nicht, wie ich den ganzen Scheiß bediene. Wieso, weißt du? Ich auch nicht. Weil ich... Keine Ahnung, weil ich das nicht gemacht habe. Habe ich noch nie gemacht. Hast du Walkie-Talkies gekauft? Ja, habt doch... So. Unsere Talkie-Walkie-Zirack. Wir können eigentlich schon mal landen. Sehr, wir landen. Boop, wir landen. Dann machen wir... Landung vorhanden. Okay. Oh. Okay. Wo sind wir? Ich kaufe jetzt eine... Nein, das ist eine neue. Das ist eine neue. Das ist eine neue. Was ist das? Das ist ein neues Ding. Eines ist nicht. Das ist auch Friends. Nein. Ja, ja, tausendmal. Doch. Offense, 21 haben wir schon... Okay, egal, 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 egal. Also es kommen gleich zwei so Dinger runter. Und ich bestelle jetzt eine Stun-Grenade. Okay. Alright. Kommt wieder diese komischen Hundefiecher. Ich seh's schon. Stun-Grenade kommt. Und was ist mit Flashlights? Brau ich nicht. Keine Drogen sehen. Okay. Schauerland, du? Nö, nö. Brau ich auch nicht. Ja, wer bleibt im Schiff? Ja, keine Ahnung. Nein, ich will nicht die ganze Zeit im Schiff bleiben. Ich kann das nicht auf dem Schiff. Ich hab das noch nie gemacht. Dann sterben wir alle. Ach, komm. Oh, ein Talki-Walki. Oh, er macht jetzt die Weihnachtsmelodie. Das ist der Weihnachtsbaum. Das ist der Weihnachtsbaum, wir Drogs. Jo, richtig gut. Da drüben war deine Stun-Grenade. Schau, er hat sie geklaut. Jaja, passt schon. Die ist ja für einen. Okay. Aber bei mir kommt jetzt noch eine Flashlight. So, und wer geht jetzt in den Flieger rein? Ich nicht. Ich geh ins Geborgen. Mein Schiff ist... Ja, ich geh da auch mit rein, ne? Also... Ey, ich geh da mit. Und wenn ich sterbe, seid ihr selber schuld, wenn alles weg ist. Ja, komm doch schnell rein. Ja, und dann ärgert er euch. Das ist doch keine Kommunikation hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Wo ist der Arte? Weiß ich auch nicht. Also, ich bleibe jetzt noch auf dem Schiff hier. Aber beim nächsten Mal geh ich rein. Ja, klar, kein Problem. Mhm. Ihr ist recht. Ja, der Eingang müsste hier drüben ums Eck sein. Kann das Ding mal ausgehen. Die Stun-Grenade könnt ihr einmal verwenden für irgendeinen Monster. Das Stunt die. Tolle Info, ne? Für euch. Super. Ja, danke. Hab ich viel zu tun. Danke, mein Hate. Ich kaufe jetzt trotzdem den Goldfisch, weil er mich hier zurückgelassen hat, damit ich nicht so alleine bin. Nein, keinen Goldfisch kaufen. Junge, wir haben noch 50 Credits und ich kaufe den jetzt. Scheiße, das ist das. Hm. Golfer, bist du da? Hey. Mein Goldfisch. Oh, nice. Yo, Leute. Da ist, by the way, eine Set. Wir sind in den Raum reingelaufen. Steht da einfach ein Geschütz mitten in der Garten. Ja. Ich warte. Ich mach das Geschütz aus. Mach das Geschütz aus. Geschütz deaktiviert. Da ist direkt Loot auch. Du musst gerade ausgehen, Schauerland. Also da durch. Und ganz am Ende ist Loot. Ganz am Ende im Eck. Geschütz ist wieder aktiv. Ich kann das nicht auf Dauer deaktivieren, ne? So, ich deaktiviere es wieder. Ich deaktiviere das Geschütz wieder. Geschütz ist aus. Ist aus. Schnell vorbei. Schnell. Sehr nice. Da ist Loot. Tüffler? Tüffler. Vorsicht. Vieh hinter euch. Vieh hinter euch. Weg. Weg. Raus. Boah, das kam ultra schnell. Ich weiß halt nicht, ob ich den von hier irgendwie ablenken kann. Ich muss den angucken. Wenn ich ihn nicht angucke, tötet er mich. Oh, shit. Das Vieh bewegt sich, wenn ich ihn nicht angucke. Und ich bin hier mitten auf so einem Überweg. Ich kann ihn nicht weg. Ich kann halt nichts machen. Ich kann höchstens kommen, aber... Das ist richtig schlecht. Weil wenn ich komme und ich sterbe, dann haben wir alles verloren. Weißt du, ob ich den berühren kann, während ich ihn angucke? Das ist keine Ahnung, man. Dann probiere es einfach. Okay, ich teste es aus, ob ich an ihm vorbeikomme, während ich ihn anstarre. Ich bleibe in Verbindung. Wenn die Verbindung abbricht, bin ich dead. Okay, ich kann gar nicht an ihm vorbei. Ich kann ihn berühren, aber ich komme nicht vorbei. Hast du die... Ah, Mann, Schauerland hat die Granate. Ja, Schauer hat die. Okay, warte, ich teste was. Mann, ich glaube, ich kriege es hin. Okay, warte mal. Oh, Schau. Ich habe es, ich bin an ihm vorbei. Okay, okay, dann geh rückwärts. Hinter dir ist nichts. Alles easy, alles easy, alles easy. Pass auf, rechts... Ja, rechts, rechts ist, glaube ich, eine Miene neben dir. Geh da nicht ins Eck. Okay, ist safe. Du kannst kommen. Jo, okay, ich bin raus. Ich komme zu dir. Ich habe jetzt natürlich nicht mega viel looten, aber ich gehe da nicht wieder rein. Nee, nee, das ist schon klar. Ich habe hier gerade draußen irgendwas gehört. Es ist das erste Mal, dass ich so viel Inaktion gesehen habe. Die sind ja mega creep. Ich habe hier irgendwas gehört gerade. Ja, ich komme mal langsam zurück. Kannst du auch schnell kommen? Die haben ein bisschen Angst. Ja, du bist doch im Schiff. Ja, ich habe trotzdem Angst. Ich muss gerade mal schauen, dass ich den Rückweg überhaupt finde. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg, oder? Kein Plan. Hauptsächlich habe ich nur Muffen draußen. Kann ich dir irgendwie was schicken, oder so? Also, nee. Tjolfa. 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 Ja. Ich weiß nicht, wo du hinläufst, aber du läufst kacke zusammen. Ja, ich wollte gerade schauen, ob ich hier über diesen Berg rüberkomme, aber komme ich nicht. Es wird gleich dunkel, dann solltest du hier sein. Sonst ist es. Danke, sehr hilfreich. Hast du nicht eine Map, wo du mir sagen kannst, wo ich lang muss? Ja, leider nicht. Also, ich sehe schon, wo du langläufst, aber ich habe keine direkte Map. Geh nochmal zurück von da, wo du gekommen bist, ungefähr. Geh mal nach links. Ja. Nach links? Ja, da lang, ja. Boah, Mann. Ich weiß nicht, wo er hin muss. Kann man hier nicht irgendwo sehen, wo das Schiff ist? Nee, nee, da ist nix, da ist nix, da ist der denn. Hä, das ist voll komisch, Mann. Ja, das ist ganz verworren hier. Wir sind auf dem Hinweg auch ein bisschen komisch gelaufen, aber warte, ich glaube, ich kriege es hin. Ach, der, ich kriege es nicht hin. Rechts von dir kommt ein Vieh, rechts von dir kommt ein Vieh. Ach, aber das ist nur einer von diesen Viehgefügeln, die sind nicht so gefährlich. Ja, aber der wird als rot angezeigt, das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe es gefunden, ich habe es, Schiff. Ah, nice. Dann komm rein. Du warst direkt neben dem Hauptleingang, ich bin komplett dumm gelaufen. Vorsicht, dickes Vieh, dickes Vieh hier. Schnell, rein, rein, rein. Mach zu, mach zu. Abflug. Junge. Alter, was ist das? Keine Ahnung, Mann. T-Rex, schau mal, unser Goldfisch, guck mal. Das ist, das ist der Albert, das ist der Albert. Seife, Seife, was ist Seife? Hey, das ist der Albert, Mann. Ein Feini. Hey, wo ist der Loot? Den habe ich, den bin ich da. Ach so, okay. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja gut. Alles gut, alles gut. Dann ist ja gut. Junge, was war das denn? Das kam aus dem Nichts, dieses Vieh. Ja, ey, die sind übel, ich stelle die Dinger. Hat mich mega erschreckt auch. Das war, also das war ja übel, so eins habe ich noch nie gesehen. Aber danke, dass du das geschenkst. Du hast aber die Schraube liegen lassen. Ne, die Schraube habe ich doch. One day left. Ja, das haben wir ja easy, oder? Die Schraube habe ich doch auch. Nein, ich hatte auch noch eine Schraube. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja. Okay, also das haben wir aber easy, glaube ich. Ja, ja, die Grote haben wir locker. Wir brauchen noch ein Walkie-Talkie fürs nächste Mal. Ja, aber ich will jetzt mitgehen. Also ich bleibe jetzt nicht am Schiff. Das könnt ihr vergessen. Wenn wir dann sterben. Ich kann das null. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann das auch nicht. Wir gehen einfach alle. Nein. Wir brauchen ja gar nicht mehr. Guck mal, pass, hört mir mal zu. Am letzten Tag gehen wir alle. Warte. Da, da. So, hör. Ja? Ist der letzte Tag. Wir haben genug Loot. Wir können also einfach alle zusammen gehen und zusehen, dass wir nicht sterben. Ja, genau. Und einfach nur ein bisschen was holen, ja? Nein, das ist doch Quatsch. Wieso denn? Und dann dancen. Hä, wenn ihr es nicht könnt, dann lernt es doch. Geht an das Terminal und lest, was ihr machen müsst. Das ist doch nicht so schwer. Hey. Junge. Ja, wir können das machen, aber das wird nicht gut enden, wenn ich das mache. Ja, alles gut. Guck ich auch. Ist ja auch egal. Es kann ja jemand sterben. Wir haben ja sowieso alles. Also von dem her ist es egal. So, komm, ich sage mal hier. Wohin. Dann gehen wir alle raus. Ist gut. Nein, nein. Nur ein. Oh, Junge. Junge. Ihr könnt, by the way, die Taschenlampe anmachen zum Walkie-Talkie-Wechseln und habt dann trotzdem Licht, ne? Ja, ich wollte es ja nur sagen. Diese Technik in der Zukunft. Ah, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig. Wirklich Wahnsinnig, ey. Auf geht's. Ja, Wahnsinn schlechthin. Wo fliegen wir jetzt hin? Ähm, wo weiß ich nicht. Okay, ich versuche euch anzuleiten. Ich werde mir Mühe geben, ja? Okay, ähm, aber kauf mir bitte eine Stun-Grenade, okay? Aber warte, dieser, warte, kann ich hier, die kann ich umschalten? Was denn? Ah, okay. Ja, ich wollte nur gucken, wie ich hier die Camps bediene. Habe ich noch nie gemacht. Du kannst hier umschalten, du kannst aber auch hier umschalten. Du kannst aber auch hier umschalten. Ah, nice. Deine Balance ist 5. Ja, gut. Die Kosten der Kosten dieser sind 12. Ja, wegen Albert, dem Goldfisch. Wie öffne ich Türen in Gebäuden? Einfach, ähm, eingeben dann. Also, wenn da eine Tür ist mit C1, tippst du einfach C1 ein. Du musst hier nur, du musst hier im Access-Terminal auf E gehen. Dann klickst, dann gibst du ein Other. So, und dann kannst du zum Beispiel sagen, scan, ping, oder machst du View-Monitor hier. Ja, so. Zack. Dann baut sich der Monitor auf. So, dann siehst du das. Ich verstehe kein Wort. Junge, was? Ach, wo geht es? Ja, Junge, du, gibst da irgendwas ein? Faselst irgendwas? Ja, du wirst das schon hinbekommen, okay? Richtig. Die Zeit, Ryan, wir müssen los. Ja, ja, ist ja gut. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, okay. Hier. In Pumpkins, natürlich. Ja. Das ist doch wieder die gleiche Map, oder? Ist das derselbe Kackplanet? Da müssen wir da oben irgendwie hin. Ja, ja, da hoch quasi. Da ist hier wieder so ein Fliegefliege. Boah, das Monster, das war richtig übel. Ich habe es beobachtet, ey. Das sah richtig krass aus. Das Monster. Was war das für ein Monster? So ein, so, das hatte, oh. Das hatte so einen Wackelkopf. Und bewegt sich nur, wenn man nicht hinguckt. Einen Wackelkopf? So wie dieses, ja, so wie dieses SCP-Teil. Nur halt mit einem Wackelkopf. Oh, das ist ja ekelhaft. So, müssen wir hier hin, oder? Ah, ja, da oben ist er eigentlich. Ja, ja, hier rüber. Alright. Na gut. Hast du die... Aber ich habe jetzt kein Funkgerät, ne? Hast du die Stun-Grenade? Ich habe gar nichts. Ach, du hast ja gar nichts. Oh mein Gott. Ja, wir konnten nichts kaufen. Du hast den Goldfisch gekauft. Ja, ich habe den Goldfisch gekauft. Und der war... Das war eine gute Entscheidung. Ja, das können wir nicht haben. Das war eine gute Entscheidung. Der Goldfisch war... Ach, guck mal, hier liegt schon was. Ja, leg das raus. Hier liegt direkt was. Das lass ich mal da, das... Ja, genau, ich bin's direkt raus. Hört ihr mich überhaupt? Ja, ja, ich kann dich hören. Okay, sehr gut. Ich habe mich nicht sicher. Okay, da unten ist der Fire-Excel. In dem Raum sind drei, vier Gegenstände. Noch, nee, mehr. Wow. Das ist alles voll. Schau, ich soll da auf reingehen. Okay, hier ist ein Energiekern. Den nehmen wir dieses Mal nicht, ne? Den nehmen wir dieses Mal nicht. Schauerland, Schauerland, Schauerland. Ja, wo bist du? Hier, hier. Wo läufst du denn hin? Links unten oben. Ja, hier. Hier. Hier ist kein Spiel. Ja, hier, schau mal, guck mal. Wo bist du denn? Ich habe Schlüssel. Ja, aber guck mal. Aber hier ist noch eine... Ja, gut, okay. Okay, ich lege das raus. Da hinten ist nämlich noch was. Ich lege das auch raus. Ja, ich lege alles raus. Alright. So, weil da hinten ist nämlich noch Zeug drin. Und merken... Haben wir ja ordentlich gelooten. Das ist ja hinten noch mehr. Wir müssen uns merken, dass hier... Ich habe eine Kaffeekanne. Dass hier dieser Energiekern ist. Hier ist noch eine Schraube. Okay. Und diesen Energiekern, den werde ich auf jeden Fall holen. Aber erst, wenn wir hier alles gelootet haben. Hier ist noch was. Oh, wir sind noch flitschen. Hier ist noch was. Aber so viel können wir eh nicht tragen. Ja, guck mal. Hier ist noch was. Hier ist noch eine Kaffeekanne. Yo, what the heck? What the hell, bro? Yo, Tjolfi, jetzt übelst viel Stuff. Ja, ja, ich sehe es auf der Mervis da. In dem Raum ist alles voll gewesen. Da waren irgendwie sieben Gegenstände oder so. Ähm, kompletter Wert von Gegenständen. 2.200 verteilt auf 28 Gegenstände hier. Ja, es ist übel, Mann. Also, wir können locker genug Gegenstände mitnehmen, um noch die Quote für nächste Runde suchen. Ja, da geht doch... Geh schon mal, geh schon mal. Ich suche hier noch ein bisschen rum. Alles gut, geh schon mal. Soll ich den Energiekern nehmen? Nein, den nehme ich zum Schluss. Mach du. Okay. Geh raus und hol ein bisschen Zeug. Ja, da bin ich schon mal weg, ne? Jo. Äh, Tjolfi, äh, Tjolfi sage ich schon. Schauerland kommt jetzt zurück und... Ich schaue noch ein bisschen. Jo, alles klar. Weiß ich Bescheid. Wenn ich was öffnen soll, sag Bescheid, ne? Vor dir ist ein Gegner. Garten in den Gang runter, wenn du da durchgehst, durch die Tür. Okay, ich habe nur das Schild genommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist langsam, also kein Stress. Ja, ne, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe Angst, weißt du? Ich habe Angst hier allein. Ich schmeiß schon mal alles... Ich schmeiß schon mal alles hier runter. Also, ich glaube, ich gehe jetzt kein Risiko ein, sondern hole jetzt direkt den Energiekern. Da gibt er ziemlich viel Geld, ne? Ja, das ist ordentlich, was wir... Dann kannst du ruhig mitnehmen und direkt rauskommen. Ist er in dem Raum da, oder was? Ja. Ja, dann nehm ich ihn direkt raus. Ich passe auf, dass es nichts wieder kommt. So. 70 Millisievert hat es jetzt hier. Super. Ja, alles easy. Ganz entspannt laut. So, habt das Ding. Alrighty. Kann ich mit dem Teil überhaupt springen? Keine Ahnung, Mann. Da sind wir irgendwie hoch. Hier muss es sein. Oh nein, Schauerland? Ja, wo ist das Schiff? Das Schiff? Wie, wo ist das Schiff? Geradeaus, da hinten. Da hinten. Wo denn? Junge. Hier. Da, einfach geradeaus. Hinter dem... Hinter dem Kürbis. Ach da, okay. Hinter dem Kürbis. Ja, dann habe ich's. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Sehr gut. Alter, wir haben so viel Lot. Wir können gar nicht alles mitbringen. Yo, schau mal, ich hab den Energiekirn, ey. Übel. Es ist der Hammer. Komm mal mit. Ich hab... Es liegt alles schon draußen. Soll ich mit... Ich weiß nicht. Ist das so sicher jetzt nicht, dass wir jetzt draußen... Boah, ich komm hier... Oh Mann, ey. Ich komm hier nicht nach oben. Ich kann hier nicht hoch. Ja, aber kann ja trotzdem irgendwie so ein Hund kommen, oder so? Da kommt kein Hund. So, jetzt wird's... Jetzt wird's bodenlos. 80. Yo. So, komm. Nein, nein, der ist mehr wert als 80. Wo mussten wir lang? Wir können irgendwie an der Seite. Wir müssen nicht über diese scheiß Dinger. Hier, da durch. Hier, da durch, ne? Oh, es ist 4.07. Nee, nee, nee. Einer bleibt... Da ist irgendwas vor euch. Schauerland, lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter. Das ist, glaube ich, einer von uns in Erdenwürmern. Gebt zum Haupteingang. Ja, Tjul verbleib aber im Schiff, ne? Weil... Nicht, dass wir jetzt irgendeinen... Ass-Move hier machen und alles verlieren. Ja, diese Würmer sind ein bisschen tricky. Ich kann die auf der Web sehen. Detox erst vor dir. Unterhirdisch. Ja, lauf da lang. Gute Wahl. Da ist noch ein Gegner vor dir. Jo. Leise. Die Hunde sind da. Oh, okay. Hunde. Ärgerlich. Passe ich auch mal besser auf. Schauerland hat kein Funkgerät, ne? Achso, okay. Ja, komm mal zurück zur Base dann. Komm rein am besten. Schauerland bewegt sich aber noch, alles gut. Ja, aber er hat leider Gottes... Bleib du mal vorne bei der Tür, falls du ein Hund hier reinkommst, dass du zumachen kannst. Okay, ja. Sonst ist nämlich erst, wenn der jetzt hier... Also Schauer hat gar kein Funkgerät. Ne, der hat gar nichts. Alter, weil der Wurm ist direkt vor ihm. War das denn so ein Wurm oder war das ein Hund? Bei mir war ein Hund, der war im Kürbis drin, der Sack. Okay, weil ich sehe so einen richtig großen roten Punkt. Ich glaube, das ist dieser unterirdische Wurm, der dann so rausspringt. Siehst du das hier? Siehst du diesen riesen roten Punkt? Alter. Brutal. Oh, der frisst ihn gleich. Ja, 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 ich glaube auch. Ja, der hat ihn. Ne, noch nicht, der ist noch... Ne. Jetzt. Oder? Ne, ne, ne. Schau, er bewegt sich noch. Er läuft schneller. Alter. Oh, oh, Bodenlos. Ist das Wind? Ja. Oh, oh, er führt ihn hierher. No. Habt ihr alles bereit zum Abflug? Ja, ja. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Das sind auch Hunde draußen. Schnell, 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 schnell. Brust. Tür zu, Tür zu. Tür zu, Tür zu. Tür zu und los. Yo, Schauerland, der Allerechte. Alter. Wow, richtig nice, Leute. Alter, das war heftig. Guckt euch das mal an, ey. Ben, Ben, 4-8-Motor. Einfach die Loot-Könige. Los, wir müssen zum Dingens. Aber wir müssen genau, wir dürfen nur genau so viel abgeben, wie wir benötigen. Ja, damit wir wieder was übrig haben, ja. Ja. Puh, ganz entspannt. Sehr, sehr gut, Leute. Alter, Grade A, wir hatten doch nie Grade A, habt ihr gesehen? Ja, sehr gut. Okay, so, jetzt aber... Es ist sogar noch was da gewesen. Warum seid ihr nicht, warum ist nicht einer mitgekommen? Jume, da war ein Wurm bei dir. Hast du den nicht gesehen? Ich habe irgendwas gehört, aber nicht gesehen. Ja, das ist ein... Ich habe mich klein geduckt und dann einfach vorwärts. Das ist ein Wurm. So ein riesiger unterirdischer Wurm und er springt raus und tötet dich direkt. So, wir sind am Company Building. Okay, dann nehmen wir mal nur ein paar Kleinigkeiten mit. Ja, ich nehme den Energiekern mal mit. Ich nehme Kasten Bier. Ich nehme mit. Ja, nehmt mal die großen Sachen. Ich denke, das wird ganz gut. Und dann geben wir das erst mal ab und gucken erst mal. Ach, wir fahren noch. Ne, da nicht. Wäre lustig, wenn jetzt irgendwer mit was Wertvollem irgendwo runtergesprungen wäre. Nein. Wir lassen, wir geben das erst mal ab. Meinst du? Und gucken erst mal. Okay. Ja, warte. Komm, ich lege das Schild noch dazu. Das schade. Nein, nein, warte. Manchmal sind die Sachen... Du hast schon geklingelt. Manchmal sind die Sachen auch mehr wert, als dran steht. Ja, okay, okay. Wir können doch noch mal was abgeben. Genau. Können wir noch mal was abgeben? Müssen wir das nicht auf einmal? Ja. Okay, gut. Nein, 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 müssen wir nicht. Stimmt. Hallo. Jeder weg. Jetzt kommt er. Hey, guck mal, ich kann hier... Oh, guck mal, ich kann das als Waffe nutzen. Ja, wusstest du das nicht? Nö. Wusst ich nicht. Ja, genau. Okay, lass nachgucken. Müssen wir drinnen nachgucken. 189, wir brauchen noch was. Ja, ja. Ich nehme noch so eine Straube und so einen Klauen Thorn. Ja, genau. Und dann mit meinem Schild. Das sollte reichen. Nein, lass das Geschenk. Das Geschenk ist was Besonderes. Können wir das nicht irgendwo neben dem Goldfisch stellen? Klingel nicht zu oft, nicht, dass er dich wieder aufisst. Ja, musst du so schnell weglaufen, wenn die Tür aufgeht. Ja, ja. Und dann aber noch. Ich habe das Geschenk auf den Strang gestellt. Ja, lass verblosten, Albert, den Goldfisch in Ruhe. Er hat's. Er hat's. Wie viel haben wir? 92, war ein bisschen zu viel. Aber egal, wir haben die Quote geschafft. Ja, passt, passt, passt. Egal, sehr, sehr gut. Ja, das Klauen Thorn war 60 wert. Ja, sehr gut. 60? Wir können wieder losfliegen. Krass, ey, das Klauen. Was ist die nächste Quote? 330 oder so, ne? Das ist doch waschneart, ey. Das Ding ist halt nur, guck mal, wie viel wir noch haben, Alter. Aber das Ding ist, wenn wir mehr verkaufen, kriegen wir mehr Credits und können uns halt mehr guten Stuff holen. Ja? Ja, aber es läuft doch so. Ja, es läuft, aber ich würde gerne mal eine Seppgun kaufen. Ach, schnie, schnie, schnie. Quote reached. Hurra. Ja, wir werden nicht ins Männer gesagt. Nächste Quote 380. Oh mein Gott. Ja, ist easy, easy. So, was sollen wir jetzt kaufen hier? Sollen wir mal, sollen wir einen Teleporter, Teleporter können wir uns nicht leisten. Nein, nein, kauf keinen Teleporter. Radar. Das ist doch jetzt nicht direkt das Money. Oh, warte, der Radarbooster hat 70% Rabatt. Wir kriegen den für 18. Wow. Der Radarbooster. Was bin der denn? Das ist echt nicht schlecht, ne? Ja, da kannst du, wenn du rechts scannst, dann kannst du die Items weitersehen. Wow. Komm, den kaufen wir. Radarbooster 2. Geht der nur für uns dann? Was? Du musst doch einen Planeten auswählen. Ach so, ja. Ja, ja, der gilt nur für euch, dann. So, wollen wir mal, wollen wir mal. Wo ist Julfa? 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 Ist er tot? Nee, da oben ist er. Ich stehe doch hier. Sollen wir, warte mal. Er ist übelst. Sollen wir mal. Er hat sich versteckt, Alter. Boah, ey, Grant ist ja übelst teuer. Richtiger Ninja. Ja, echt der Heck. Dein kostet 600. Na, kann mich hier so reinhocken. Das kostet Titan. Titan 700, was ist das? Kann er ja auch tanzen, wenn man hockt? Du übelst ja wohl. Ja, flieg erst mal wieder auf einen leichten Mond. Ja, okay. Das machen wir. Erst mal so was entspannendes. Ich habe jetzt zwei Radarbooster gekauft. Junge, ne Radarbooster. Und wir brauchen noch, was brauchen wir noch? Lockpick brauchen wir eigentlich nicht, oder? Lockpick? Damit kann man, ich, ah scheiße, da war noch ein Schlüssel. Den habe ich liegen lassen. Aber Schauerland braucht ein Walkie-Talkie. Kannst du eine Taschenlampe bestellen? Ja. Ah, nee, nee, doch nicht. Scheiße, ich will keine. Okay, warte dann. Was haben wir noch? Die coolen Jungs gehen ohne Lampe. Okay, ja. Ja, das Ding ist, wenn ich da eine mitnehme, habe ich ja nur noch zwei Inventar-Slots. Ich habe ja schon das Walkie-Talkie. Ja, das ist echt dumm, ne? So, wir landen das Schiff, Leute. So, wer bleibt wieder drin? Darf ich einmal mitgehen jetzt? Dann bleibt Tulfer nochmal drin und dann beim nächsten Mal bleibe ich nochmal drin, okay? Alright? Boah, weiß ich jetzt nicht, ne? Weißt du nicht? Ich komme mit raus. Ja, bleibt, ja, geht ihr zwar eigentlich. Ja, warte, jetzt kommt erstmal hier der Ding runter mit den ganzen Items. Schauerland, für dich gibt es ein Walkie-Talkie, ne? Oh, ach, cool. Für mich hast du jetzt nichts bestellt, ne? Nein, habe ich nicht, ne? Okay. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal der Eingang. Weiß ich nicht, irgendwo sollte es langsam... Wo ist der Eingang? Da hinten? Ja. Äh, ja genau. Wo ist der Weihnachtsbaum? Wo ist denn das Zeug jetzt? Warte doch mal kurz. Chill mal, die sind nicht so schnell. Ja, die müssen aber schnell sein. Amazon-Mann kommt heute später, ey. Ja, hier. Da ist er. Nichts gibt's. Zack, boom. Oh, was ist das? Was ist das? Der Radarbooster? Ja, das ist der Radarbooster. Hier ist, ähm, ja, das ist... Warte mal, Schauerland, hier, dein Walkie-Talkie. Hier, hier liegt's. Hä, wieso ist der Radarbooster? Okay, warte mal, das ist, glaube ich, unsinnig. Ich tu den mal zum Zul-Verein. Ich glaube, den Radarbooster muss man, äh, muss man den aufstellen, irgendwo. Was willst du hier reinbringen? Was ist das denn? Keine Ahnung. Der Radarbooster. Muss man den aufstellen. Ja, aber was macht der? Okay, egal, ich tu hier einen hier rein, okay? Den stelle ich hier hin. Ja, stell den mal hier hin, ja. Stell den hier hin. Hier hin. Hier. Den müssen wir bestimmt im Flur aufstellen, dann, wenn wir, wenn wir im Ding ist. Ja, das geht's. Und was macht der jetzt hier? Na, egal. Ja, boos, den, ja, ist, den ist Ersatz. Ich glaube, wir brauchen nur einen. Okay, ja, egal, dann können wir den wieder verkaufen. Ist ja egal. Ja, dann geht der mal. Ähm, da entlang, ne? Wir gehen. Let's da go. Warum vergeht eigentlich die Uhrzeit so schnell hier? Time is flying, bro. Can you hear me, Tüffler? Herr Tüffler, I have to say you something. I, 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 I liebe dich very sehr. Why are you don't responding to my love? Tüffler, hier ist alles booster. Warte, ich stelle, ich stelle, ich stelle, ich stelle, ich stelle ein Radarbooster auf. Wo? Junge, mach mich nicht nervös, man. Oh, hier. Kapp ein. In dem Raum ist nichts, was kann ich reingehen. Aber. Komisch. That is very confusing for me. Was macht denn dieser Radarbooster? Ich springe, ey. Kein Plan, mach eigentlich den Radarbooster, oder? Oh, das ist gefährlich. Tjulfa? Ist das eine Gegner, die ich sehen kann? Oh, hier ist nebelig, guck mal. Ja, oh, hier sind's. Diese roten Stichern, da sind Tür für die Schriftbrauen, oder? Ja, genau, ja. Warum? Ah, das sind hier böse Geräusche. Geh da nicht hin. Die Topstar sind böse Geräusche. Lass uns was anderes suchen. Tjulfa, was ist vor mir? Bitte was? Ich höre vor mir etwas. Da ist genau gar nichts. Hier? Ach, hier ist noch was. Ja, ich sehe hier nichts. Wir müssen das Leck zumachen. Tjulfa, fahr nicht mal die Tür auf. Tjulfa, fahr nicht mal die Tür auf. Hau hoch. Herzlichen Glückwunsch auf. Roger. Äh, F2. Leute, ich kann den Signalbooster, ähm, spectaten. Ah, okay. Ach so, krass. Komm mal F2 auf. F2 bitte. Da kommst du dahin zurück, wo du gerade eben standest. Bringt nichts. Na gut, oh. Aber ich mach's mal auf als Fluchtweg. Aber hier ist nichts mehr, oder? Perfekt, danke. So. Aber Tjulfa, siehst du irgendwo was, wo wir noch nicht waren? Okay, ist da irgendwas zu wissen? Äh, Detox, was wolltest du wissen? Ne, ich hab hier was. Äh, schau mir, da war nichts drin. Ach, fuck, meine Taschenlampe ist leer. Ach, hier hinten liegt was, aber da komm ich nicht hin. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich bin beim Fire-Exit. Willst du nicht hier rüberspringen? Ich bin auch beim Fire-Exit. Hier ist noch ein Fire-Exit. Du kannst hier rüberspringen. Das ist aber beim letzten Mal nicht gut gegangen. Soll ich's versuchen? Also, also ich geh jetzt raus und... Ich bin noch nicht. Schau, Inland. Schau, Inland ist tot. Er ist in Abgrund gesprungen. Oh mein Gott, yo. Okay, wo ist das Schiff? Äh, bei dir ist alles clear. Lauf einfach nach Hause. Ich weiß nicht, wo es zu Hause ist. Ja, das kann ich dir auch nicht genau sagen. Anhand der Möp. Da musst du selber suchen. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, warte mal. Was ist das? Hä, was ist das denn jetzt? Ist das auch ein Fire-Exit? Okay, ich bin hier irgendwie komplett falsch, glaube ich. Ich bin hier total lost gerade. Und das alles nur für ein Kasten Bier, yo. Warte mal, von da... Ja, ich wünschte, ich kann dir weiterhelfen, aber ich hab keine Ahnung, wo du lang musst. Ja, ich auch nicht. Aber lauf mal da so weiter geradeaus, ja. Warte mal, von da unten bin ich gekommen. Boah, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier entlang zu gehen. Oh mein Gott, es wird übelst dunkel. Schauerland, warum lässt du mich denn alleine? Ich will hier nicht sterben. Oh, warte, was ist da hinten? In der Tür vom Schiff ist ein Riese. Mach vorsichtig. Oh, nee. Oh, nee. Ich glaube, ich komme hier nirgends hin, oder? Nee, irgendwie... Warte, irgendwie müssen wir hier hoch. Kann ich hier hoch? Ich kann hier nicht hoch. Wo zum Henker bin ich? Ey, ich hab keinen Dunst, wo ich bin. Ich bin hier aus dem Fire-Exit raus und bin hier irgendwo im Nirgendwo. Äh, lauf mal in die Richtung, wo du gerade guckst. Ja, warte mal, ist da der Eingang? Ein bisschen weiter nach rechts, bitte. Ah, da bist du. Okay. Ja, jetzt lauf mal gerade aus. Ja, ja, ich sehe es, aber ich sehe auch den Riesen. Okay, okay, gut. Der ist direkt am Schiff. Dann mach einfach vorsichtig, ich halte das mein Maul. Das alles nur für ein Kasten Bier. Die Frage ist, ob ich ihn stunnen kann. Okay, er ist gestunnt. Er ist gestunnt, er ist gestunnt, er ist gestunnt, er ist gestunnt. Ja, komm schnell, komm schnell. Er ist immer noch gestunnt. Komm rein, let's go, wir fliegen. Oh, 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 das war gut. Alter, das sah voll krass aus, wie du ihn gestunnt hast. Ein riesiger Lichtblitz. Yo, ich bin aber auch übelst gestunnt. Ich bin immer noch ein bisschen Banane hier. Mein Garak, das zittert voll, ja. Das hat gut funktioniert. Ja, das war, ich wusste nicht, ob es klappt, keine Ahnung, aber. Sehr gut. Sick. Das alles nur für einen fucking Kasten Bier, Mann. Ja, Alter, sowas Bodenloses. Ja, aber echt. Junge. Junge. Okay, aber wir haben... E-Talks, du Monster. Ja. Wahnsinn, ich habe alles gesehen. Krass, oder? Häftig, hat er gut gemacht. Mit der Stangrenat. Okay, it's two days left. Der allerechte Profi. Der aller, allerechte. Es tut mir so leid, da war Loot und ich habe versucht, über den Abgrund zu sprengen. Ich habe gesehen, wie du einfach... Ich hatte keine Taschenlampe, deswegen habe ich nicht gesehen, wo man landen konnte. Und deswegen bin ich im Abgrund gelandet, es tut mir so leid. Aber wir haben easy genug, um 380 zu erlangen. Ja, sowieso. Wenn wir ein bisschen was looten jetzt, klappt das locker. Genau, ja. Dann werde ich im Schiff und ihr dürft los, okay? Ja, Loot! Scheiße. Tschül, verlad mal dein Zeug auf, dein Stuff hier. Hab ich schon. Okay. Weil auch das Funkgerät... Braucht ihr noch was? Ja. Ich habe ein Walkie-Talkie bestellt. Braucht ihr noch was? Ne, ich habe ein Walkie-Talkie, ich brauche nichts. Genau, ne, ich brauche auch nichts. Ich brauche nichts. Ich brauche nicht nur eins. Ja, doch, doch, eine Stungrenate könntest du mir bestellen. Stungrenate. Die, das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Die funktionieren gut. Und irgendwann wird es auch mal eine Zapgun. Und übrigens habt ihr Albert schon guten Tag gesagt eigentlich. Ja, schon die ganze Zeit eben, als ich alleine war. Ja, das ist gut. Hast du mit ihm geredet, sehr gut. Oh, ich war es nicht. Was? So, Stungrenate ist geordert. Soll ich einen Planeten aussuchen? Äh, ja. Weil wir sind immer noch in March. Da habe ich keinen Bock drauf. Äh. Und ich glaube, die holfe auch nicht. Mir ist das egal. Ich will nur Sachen loot und dann abhauen. Was gibt's denn? Ein Flooded Eclipse Titan Rant. Nehmen wir mal Rant. Überraschung. Nehmen wir mal Rant. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Inhalt des, äh, des Updates? Das Paket. Das, die Geschenke oder was? Okay. Das, das Weihnachts-Update. Es gibt Weihnachtsbaum und Pakete. Ich habe den Update-Lock nicht gelesen. Ich auch nicht. Warum machst du das? Ich dachte schon, du bist so runtergestogen. Das ist ja schon wieder die nächste Bodenlose. Das ist ja genau derselbe Mist. Ja. Scheiße. Oh mein Gott. Guck mal wie. Ja, egal, egal. Egal. Ich sehe überhaupt nichts. Schau, du musst auf dem Schiff bleiben. Schau, du bleibst am Schiff, ne? Acht Uhr und sonnig. Ja, ja, aber ich brauche mein Funkgerät. Ja, warte, warte, warte. Schau auf den Shop. Jo, meine Güte. Also haben wir immer noch Deadline 2 Days. Sind wir auf dem gleichen Planeten nochmal gelandet? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ist ja neblig hier. Boah, ist das neblig. Alter. Wo ist denn die Lieferung? Ich weiß nicht, wo ist die? Junge, ist das neblig. Alter, das ist echt bodenlos. Da ist die Lieferung. Hier. Hier, komm in meine Richtung, wo ich rede. Ach, oi. Ja. Ciao, hier. So, von Kereld. Das ist richtig bodenlos. Alter, wie soll man denn hier was finden? Okay, lass mal das Gebäude suchen. Ich würde sagen, gib einfach der Nase nach, irgendwie. Ja. Okay, hier geht's runter. Das sieht nicht so prickelnd aus. Hier ist ein Baum. Nicht runterfallen. Ich bin gefallen, ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Ernsthaft? Oh nein. Echt jetzt? Bist du wirklich tot? Tjulfa? Tjulfa. Tjulfa. Tjulfa ist tot. Ja, dann lass. Das macht keinen Sinn hier. Wir haben eh genug Credits. Komm, scheiß drauf. Das macht gar keinen Sinn hier. Das ist ja, keine Ahnung, was man hier braucht. Aber ich laufe jetzt hier bestimmt nicht in den Selbstmord. Egal, wir haben eh genug Items. Anderenfalls wäre es jetzt richtig kacke. Aber in dem Fall ist das, glaube ich, egal. Der ist ja richtig bodenlos. Was kann man denn gegen Nebel machen? Das ist ja richtig dumm. Das ist ein bisschen komisch, findest du nicht? Ja. Ja. Ich versuche jetzt nochmal zu landen. Wait for ship to land. Achso, hier ist er. Ah. Die Notes sind auch völliger Quatsch. Ich habe gar keinen. Hallo. Hallo. So, Schauerlandes. Ich habe da nur an dem Abgrund, ich habe hier nur an dem Abgrund gekocht. Ich bin der Commander an. Ich bin so ein kleines bisschen runtergerutscht und dann kam ich nicht mehr hoch und bin ins Wasser gefallen. Er kam nicht mehr hoch. Ja, war übel. Ich brauche ein neues Wocky Stocky. Ja, bestelle ich dir. Okay, danke. Ich glaube, gegen diese Riesen kann man auch gar nichts machen. Die sehen dich, die hören dich, weil ich bin gekocht und habe nichts gesagt. Ja, ja. Das ist ein Grinator. Lass das Ding liegen. Das sieht so lustig aus. Oder lass es hier einfach drin, weil das so mega nice ist. Es ist wie so eine Dekoration einfach. Hört ihr das Geräusch? Ja. So, los geht's. Da fährt er ihn aus, den... Ich will aber wieder mit... Ich will aber looten jetzt. Ja. Ja, geht's. Schauerland macht das. Ich mache hier den Commander. Hast du einen Wocky Stocky bestellt? Habe ich bestellt, jawoll. Geil, Mann. Lass mal warten, das kommt gleich hier oben auf den Berg. Jo, jo, mach nur. Ich schaue schon mal, wo wir hin können. Ich scoute schon mal. Oh, guck mal hier. Ja, hinten ist wieder ein Turm. Das ist gut. Oh, das ist... Oh nein, das ist diese eklige Map hier. Oh, warte, was ist das? Oh, guck mal an. Hier kann man hoch. Okay. Was ist hier? Hier ist nichts. Ey, das ist ja bodenlos, dass das hier oben landet. Warte mal, da hinten? Was ist da hinten? Hä? Schnittdox? Ja, da hinten ist dein Weihnachtsding. Ey, das ist ja richtig bodenlos hier. Das ist ja alles komplett kaputt. Ja, ja, die Hügel hier und alles ist ja komplett bodenlos. Ey, geh doch einfach zum Eingang rein. Ey, geh doch einfach zum Eingang rein. Wie wäre es, wenn du da nicht runterfällst? Bin ich gefahren. Bin geklettert. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Guck mal, wir müssen... Ach so, war ja. Ich hör dich. Ja, ja, ich hör dich schon. Rieche, dass es brennt hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo ihr hin müsst. Hier ist ein Gründer. Nein, das ist ein Gründer. Tjulfa, wir müssen... Tjulfa, wir müssen da hoch. Guck mal, wir müssen... Tjulfa. Oh mein Gott. Ich bin nicht im Lootraum. Schauerland. 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 Mach mal D6 auf, bitte. Oh oh. Nur schlecht. Hau ab, du Mistvieh. Leave me alone. Wer ist denn da? Das ist so ein Mistvieh. Auf der anderen Seite. Nee, das ist so ein Vieh. Will mich nicht fressen lassen. Das sind viele Ställe und Dinger. Äh, genau. Da kommt was auf dich zu. Es bringt der Marot hinter dir neben dir. Raus Tjulfa, raus. Tjulfa ist tot, glaube ich. Echt jetzt? Ich gar nicht. Okay, du bist verschwunden auf dem Planter. Wie können wir die Viecher denn killen, Mann? Das ist schon wieder richtig kacke. Warte, guck mal. Versuchen wir mal hier draußen. Machen wir mal eine Outdoor-Ding. Guck mal, hier kann man hochgehen. Ganz da oben. Da liegt bestimmt was. Ja, aber da gibt es kein Fire-Exit oder so. Nee, aber man muss hier irgendwie hoch können. Über die Rohre. Irgendwie über die Rohre. Ja, aber da kommst du ja nirgendwo hin. Doch. Ah, komm. Was willst du denn da finden? Ja, so ein Tape oder sowas. Da kannst du nichts finden. Ah, seid ihr da mal nicht so sicher? Ich finde alles. Habt ihr den Blut oder was? Ja, ich habe zwei Sachen. Ich bring die erst mal kurz zurück. Mach mal. Ich gehe hier auf Exploration Tour. Ich scoute ein bisschen. Ja, mach du das. Die Frage ist nur, wie ich da hochkomme. Falls du den anderen Eingang findest, sag Bescheid. Dann komm ich. Ja, ja, hier. Hier hoch und dann rüber. Ich bringe jetzt erstmal den Loot ins Schipper. Ich habe da so ein Geschenk gefunden. Gibt es ganz bestimmt Sachen. Hundertprozentig. So, dann hier runter. Oh, das hat ja nicht so gut funktioniert. Das war dumm. Gift collected. Na, immerhin haben wir ein bisschen Wasser. Wir haben ja eh genug. Ich meine, wir haben sowieso genug. Ich versuche hier gerade zu klettern und so weiter. Nö, nö. Oh Mann, ich komme da nicht hoch, yo. Irgendwie muss man rüberspringen können. Irgendwie muss ich versuchen, da rüber zu kommen. Wieso springt der denn nicht, der Otto? Das gibt es doch nicht. Bin ich zu blöd oder was? Entschuldigung, bist du noch am Start? Ja, okay. Ich auch gleich. So, ich bin endlich oben. Ich laufe gerade das Rohr lang. Wie du hochgekommen bist. Ja, über den Berg. Okay. Über den, da gibt es eine Leiter hinten an diesen komischen, die sehen aus wie so Stahlgerüste. Und da gibt es eine Leiter, da kannst du hoch, dann auf den Berg und dann jo. Leute. Ja. Hier sind Bienen vorm Schiff, passt auf. Oh, die können wir stunnen, Tjolfi. Okay, hier ist tatsächlich nichts, hat der Recht. Ich bin jetzt weitergeflogen. Da hat der Recht, der Brun. Kann so sein, dass da ein Nächster ist. Tjolfi, hier ist nichts. Spaß dir. Da ist nichts, leider. Ich gehe mal aufs Dach. Ja, aber pass auf. Ihr könnt aber auch zurückkommen, glaube ich, oder? Ja, ja, nee, wir haben gerade den Fire-Exit gefunden. Okay, dann guckt, ob ihr da noch ein bisschen Loot findet. Ich gehe wieder zum Monitor und gucke. Tjolfi? Wie sieht das? Keine Feinde, anscheinend. Tjolfi? Es ist Loot direkt vor dir. Direkt vor dir ist Loot. Wo ist Tjolfi? Wo ist Tjolfi? Ah, hier ist die Tür D6. Lass die zuschauen. Da ist ein Ding ins. Warte, warte. Da ist ein Maschinengewehr. Junge, beruhig dich. Was ist los mit dir? Oh, shit. Tjolfi, jetzt übelst die fette Halle. Was ist da? Da ist ein Wurm, glaube ich. Warte. Ich weiß nicht, ob unten oder unten. Wo, bei mir? Hier, dann für die Detox. Ich glaube, unten. Wenn es da runter geht, ist der unten irgendwo. Vielleicht unter dir. Ich glaube, der ist unter dir. Das kann man so scheiße sehen, ey. Oh, shit. Ich habe aus Versehen die Stun-Grenade geworfen, statt die Taschenlampe zu aktivieren. Ich bin so ein Otto. Ich habe nur einen Blitz durch die Wand gesehen, Alter. Oh, warte, unten ist ein Maschinengewehr. Stopp. Mich hat es einfach zerfetzt. Detox ist tot. Mich hat es einfach zerfetzt. Holy shit. Dieses Game ist so krass, ey. Mann. Ich hänge ein bisschen in der Klemme. Ich muss mal schauen, ob ich hier rauskomme. Du kannst das mal schieben. Ich habe das deaktiviert. Aber es ist immer noch deaktiviert. Kannst du es deaktivieren? Es ist jetzt deaktiviert. Los, los, los. Schnell. Nimm mein Zeug mit. Jetzt wieder an. Bin schon durch. Bin schon durch. Ich habe doch gerade gesagt, hört ihr mir überhaupt zu? Ihr seid guter gelungen. Ihr habt gesagt, da unten ist ein Maschinengewehr. Das war richtig scheiße platziert. Man hat das nicht gesehen. Das stand unter uns. Und hat durch den Boden hochgeschossen. Durch die Gitterboden. Leute, hier ist irgendwas. Achso, hier. Tschuldigung, hier ist was. Junge, warum liest du meine Nachricht nicht? Wer soll meinen Körper mitnehmen? Ich mache orki-toki aus. Beobacht mich auf dem Radar. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich komme zurück. Oh, Mann, ey. Schade. Mein Stuff hätte er mitnehmen können. Aber gut, egal. Oh, Junge, lauf nicht so schnell. Da ist das Schiff. Bodenlos. Ich bin da. Komm rein. Ja, warte. Komm rein. Jo, 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 bin dünn. Sehr gut. Da hat nichts in den Weg. Hey, Vieh. Hab noch ein Geschenk gefunden. Ich hatte auch eins. Nice, tust du den anderen. Let's go. Ich hatte auch eins. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Verkaufen, ne? Na, jetzt müssen wir zum Verkaufen. Alter, komme ich raus in da unten, diese dämlichen Dorks gewesen. Ei, 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 ei. Wo müssen wir denn hin? Storage oder was muss ich hier eintippen? Oder was ist Storage? Nein, ich gebe es ein. Ich gebe ein. Ja, aber ich will das auch mal machen. Da ist er wieder. Du musst einfach, ähm, Kopf eingeben. Entschuldigung, warum hast du meine Leiche nicht mitgenommen? Warte, nein, wir können doch zu einem... Nee, können wir nicht. Bitte was? Warum hast du meine Leiche nicht mitgenommen? Ich bin traurig. Junge, weil ich an dem scheiß Turret vorbei muss. Meinst du, ich will doch dich hinter mir herschleifen? Ah, ich hab dich letztes Mal mitgenommen, du. Alter Otto. So, wir fliegen zum Company. Company, genau. Let's go. Sollen wir diesmal ein bisschen mehr verkaufen, damit wir beim nächsten Mal mal auf einen geilen neuen Mond kommen? Nein, wir verkaufen nur so viel, wie wir brauchen, dass wir höhere Quote erreichen können. Aber Junge, dann kommen wir nicht auf einen neuen Mond. Ich will mal auf einen neuen Mond gehen. Ja, können wir doch dann immer noch irgendwann machen. Nö. Du willst jetzt alles verschabeln, nur mal auf einen neuen Mond zu kommen. Ja. Aber es ist jetzt vielleicht easy noch, weil wir jetzt die Quote noch nicht so hoch erfüllen müssen. Dann haben wir schon einen neuen Mond und vielleicht gibt es dann noch besseren Loots. Ja, das meine ich. Ja, aber dann macht es auch mehr, als in später hinzugehen, wenn wir eine viel höhere Quote brauchen, anstatt jetzt direkt. Ja, warum? Wenn wir immer gegen... Aber wir können doch eh alles sammeln. Wir können doch eh alles sammeln. Guck mal, was wir alles haben, Bro. Ist doch egal. Ich würde jetzt erstmal noch genau so viel wie Quote verkaufen. Ja, jetzt landen wir mal, oder? Erstmal landen wir, ja. Aber du hast, äh... Du hast den... den... das Warehouse ausgewählt, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, ja, ja. Kommt in die Building. So, was nehmen wir mit? Können wir dieses Ding hier auch verkaufen? Ja, nimm die Dinger mit hier. Ich hab... Ich hab einen Kasten Bier und, äh... und eine Kekspackung. Ich hab keine Ahnung, was ich hab. Irgendwie dieses... Wenn wir ein Geschenk verkaufen. ...Stahl-Ding da. Ich will wissen, was das Geschenk kostet. Ja, okay. Jo, klingel mal. Ah, geh weg, der... Oh, shit! Jo, warum ist der immer so salty, der Bro? Was ist mit ihm? Wieso hat er ihn jetzt gefressen? Hä? Wir haben doch alles hingelegt. Ja, Ahnung. Aber haben wir extra ein Geschenk hingelegt. Ja, wahrscheinlich deswegen. Der mag kein Weihnachten. Das ist ein Grinch. Meinst du, das ist ein Grinch? Jo, Bro, willst du vielleicht den Stuff mal nehmen? Geh da nicht mal hin! Ja, ich klingel doch nur! Ja, der nimmt dich gleich. Der hat lange Tentakel, pass auf! Ey, guck mal, der kommt nicht. Oh, oh! Doch, der kommt schon. Wart mal ab. Ich glaub nicht. Nein, wir müssen noch die Quote... Ja, da, zack, jetzt hat er das. Junge, was ist das? Wie viel kriegen wir? 143, das war gar nichts. Er will mehr. Oh mein Gott, ja. Was nehmen wir denn noch? Ja, keine Ahnung. Schraube. Das Horn war, glaub ich, gut was wert, oder? Und zum Kessel. Ja, hast du schon einen Kessel, ja? Dann tue ich den wieder rein. Ja. Aber nicht, dass wir es jetzt verkacken, weil es irgendwie zu spät ist schon oder so. Da müssen wir jetzt aufpassen. Nein. Oh nein, ich hab mein Funkgerät da hingelegt. Ja, hol's wieder. Ich kann, nein, geht nicht mehr. Oh, Junge. Das ist einmal, da liegt, liegt ja. Oh, weg. Ist egal. Warte mal, aber das ist viel zu wenig, ne? Wir brauchen 380. Das ist viel zu wenig. Ich muss dir das erstmal nehmen. Zack, er hat's genommen. Wart mal ab, was wir dafür kriegen. 110, wie viel brauchen wir noch? Ja, das ist viel zu wenig, Mann. Oh, shit. Ja, nimm ein bisschen Staff. Stopp, shit. Ja. Bevor wir hier echt Probleme haben, weil die Zeit zu schnell vergeht oder so, keine Ahnung. Nein, das passiert hier nicht. Ja, meinst du. Meinst du. Okay, so. Nochmal. Warte. Junge, der nimmt aber ordentlich hier, der Bro. Ja, der, der packt sich rein, ne? Geh nicht so nah da ran. Ja, hat der so lange Tentakeln? Ja, ja. Tüfer stand auch nicht so weit, so weit, so nah dran. Aber warum gibt der sich denn nicht? Ja, ne Ahnung, das ist echt bodenlos, was der macht. Er kommt, er kommt, er kommt. Nicht nur mal klingeln. Doch, doch, doch. Der soll ruhig jetzt mal kommen hier. Mach mal was für dein Geld, umsonst bist du nicht hier. Da, zack. So, jetzt sollte es aber genug sein, oder? Ah, sieben drüber, perfekt. Jawohl. Perfekt, Quote geschafft. Ja, nice. Komm, führ zu. Jawohl. Ab dafür. Jo, wie viel wir da einfach jetzt, also das ist ja bodenlos. Pfiuh. Mensch, das war knapp, oder? Wir haben noch was. Ja, wir haben noch ein bisschen, ein bisschen haben wir noch. Aber da müssen wir beim nächsten Mal echt gut was finden, ne? Hm, definitiv, ja. Wir müssen noch aufs Schiff erwarten. Ja, ja. 444. Da ist er ja. Wow. 444. 444. Mir wird es doch gar nicht angezeigt. Ja, dann musst du ans Terminal gehen, dann kannst du... Ja, Quote erreicht. Sehr gut. Alright. Jo, dann würde ich sagen, gucken wir mal... 495. 495 ins Baby. Das machen wir in der nächsten Episode. Ja, dann werden wir in der nächsten Episode mal gucken, wohin die Reise geht, oder, meine Lieben? Yes, sir. Wir haben noch zwei Geschenke. Alright, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Okay. Schaut bei Tulfer und Charland vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und ciao. Ciao.